Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Tutorial. Es soll gehen um die Installation des Nextcloud Client, damit man auf die Nextcloud Instanz des Schulbildungsnetzes der Stadt Fulda zugreifen kann. In den letzten Tagen und Stunden gab es da wohl öfter mal das Problem, da tauchten jetzt die Fragen auf, wie man darauf zugreifen kann. Ich möchte ganz kurz erklären, was wir vorhaben, dann könnt ihr gleich entscheiden, ob es sinnvoll ist für euch, das weiter zu gucken. Also was haben wir vor? Es gibt das Stadtbildungsnetz Fulda, die betreiben so eine Nextcloud Instanz und das ist im Prinzip ja so eine große Datentonne und üblicherweise greifen wir alle über diesen Web Client drauf zu. Das heißt also, das ist ein ganz normaler Web Browser, dann gibt es hier im Webserver und da greifen wir drauf zu. Jetzt gibt es da in letzter Zeit öfter das Problem eines Timeouts, was auch relativ logisch ist, weil bis vor wenigen Tagen lagen da ja nur so ein paar Daten rum von irgendwelchen sehr engagierten Lehrern und Projektarbeiten und so weiter und eben nicht so viel wie jetzt quasi seit der Schulschließung und da würde es uns ja stark wundern, wenn das jetzt nicht Probleme hervorrufen würde, weil dann hätten die Verantwortlichen in einer viel zu großen Server hingestellt. Also von daher ist es völlig klar, wenn tagsüber alle jetzt gleichzeitig darauf zugreifen, dann muss das Ding halt irgendwann mal die Grätsche machen. In diesem Nextcloud drin, da gibt es jetzt ganz viele Module, da kann man chatten, da kann man reden, Talk, da gibt es Kalender, Kontakt, also alles was so eine Groupware kann, Wiki-Funktionen und so weiter und das, was im Moment so am wichtigsten ist, ist eigentlich diese File-Sharing-Funktion, dass man eben zentral Unterlagen zur Verfügung stellt und die dann alle darauf zugreifen. Das Problem ist nur, wenn ich hier nicht mehr darauf zugreifen kann, dann komme ich hier auch an die Dateien nicht dran. Das heißt, dann liegen die zwar hier alle in der Dateiablage, aber ich kann sie halt zu Hause nicht sehen. Also jetzt der Plan, den wir haben, den Nextcloud-Client zu installieren, so dass der uns diese Dateiablage, die ist ja für jeden anders, also jeder sieht ja nur die Dateiablage für seine Fächer, dass der die eben hier auf die Dateiablage auf meiner Festplatte legt und das Ganze möglichst im Hintergrund, so dass der, wenn jetzt wenige Leute zum Beispiel zugreifen, halt hier oben da relativ wenig los ist, sich die Daten eben dann holt und zwar ohne, dass wir die ganze Zeit davor sitzen müssen und klicken müssen, ob es jetzt gerade geht. Ein zweiter großer Vorteil, ich habe es hier mal so symbolisiert mit diesen Pfeilen in zwei Richtungen. Wenn ich jetzt hier in einem Ordner, auf dem ich Schreibrechte habe, etwas ändere, dann fährt der Nextcloud-Client das auch wieder über den Web-Server auf die Dateiablage hoch. Das heißt also so Sachen wie einreichen von irgendwelchen Aufgaben, also Lösungen zu den Aufgaben, kann man damit auch machen. Also man muss jetzt nicht warten, bis der Server geht, sondern man legt es einfach da rein und wenn solange der Nextcloud-Client läuft, kann man einfach darauf warten, bis die Sachen dann irgendwann oben im System ankommen. Das Problem an der Sache ist, wir können jetzt nicht einfach den nächstbesten Nextcloud-Client nehmen, also den aktuellen, der funktioniert nicht. Das liegt einfach daran, dass hier diese Dateiablage über ein spezielles System eingehängt ist und der aktuelle Client damit nicht klarkommt. Also zumindest nicht mit der Instanz, die wir jetzt haben. Da ist einfach ein Bug drin, das kann uns auch im Prinzip egal sein. Ich zeige euch gleich den richtigen Client, den ihr dafür nehmt. Zur Vorbereitung gehen wir jetzt als allererstes mal auf die Startseite der Nextcloud-Instanz vom SBN-Fulder, weil wir da gleich einen Teil von der URL brauchen und dann brauchen wir den Client. Wir können leider nicht den aktuellen Client nehmen, weil in der SBN-Cloud die externen Verzeichnisse über einen Mechanismus eingebunden sind, den der aktuelle Client nicht unterstützt. Also holen wir uns einen von den Legacy-Clients. Den Link habe ich in die Videobeschreibung geworfen. Der 2.3.3.1-Client ist der, der uns interessiert. Der ist jetzt schon ein paar Jahre alt, aber ich meine, was wollen wir von dem Client? Wir wollen, dass er ein paar Dateien in der Gegend rumkopiert. Das wird er schon noch hinkriegen. Den laden wir uns jetzt einfach runter. Dann führen wir den aus. Und dann geht halt so ein kleines Installationsprogramm auf. Also fragt er, ob ich das wirklich will. Ja, ich bin mir sicher, dass ich das will. Und jetzt kommt dieser Wizard. Dann klickt man das hier durch. Shortcuts, könnte man sich jetzt überlegen, ob man so haben möchte. Ich lasse das jetzt einfach mal so. Programmverzeichnis lasse ich auch, wie es ist. Und dann packt er im Prinzip jetzt alles, was er so braucht, um die Synchronisation im Hintergrund zu machen und so weiter auf die Festplatte. So, wenn er damit fertig ist, dann drücken wir hier auf Finish und sagen, er soll bitte Nextcloud gleich starten hier. Ja, das finden wir gut. Dann können wir das nämlich gleich einrichten. So, im Setup will er jetzt einmal wissen, gegen was wir synchronisieren wollen. Und, ah ja, bevor er startet, stellt er fest, dass es einen neueren Client gibt. Den wollen wir ja bewusst nicht. Also schreiben wir skip this version. Und jetzt brauchen wir hier die Serveradresse. Und da nehmen wir jetzt hier aus dieser Nextcloud-Instanz den vorderen Teil. Also alles bis auf das Login. Ja, dann einmal kopieren. Und entsprechend dann hier reinwerfen. So, jetzt fragt er nach einem Usernamen. Da nehmt er den, den ihr von eurer Schule bekommen habt. Und will natürlich auch ein Passwort haben. So, jetzt rödelt es ein bisschen. Und jetzt kann man hier noch einstellen, wo man es gerne hin synchronisiert haben möchte. Und wenn man hier aber direkt Everything einschaltet, dann wird er über diese extern eingebundenen Verzeichnisse stolpern. Und deshalb mache ich es immer über das Choose. Und da sehen wir, also diese UCVFS, das sind die, die diese Probleme im Moment machen. Weil da einfach der Client einen Fehler hat. Da fehlt einfach ein Tag in der Antwort, die der Server so ausspuckt. Und ich habe jetzt mal hier alles angeklickt. Und dann drücken wir auf Connect. Und dann schauen wir uns den lokalen Folder mal eben an. Und da sehen wir, hier wird jetzt schon fleißig synchronisiert. Und hier unten kommt noch so eine Synchronisation, wer was synchronisiert hat. Das geht manchmal noch schief. So, dass wir im ersten Wurf die externen Verzeichnisse dann doch nicht mit synchronisiert. Und dann starten wir den Client nochmal von Hand. Und wenn ich jetzt hier die Server Activity mir angucke und hier mal drauf schaue, dann sehe ich hier, die sind alle noch rot. Das liegt daran, dass, wie gesagt, die auf dem Server anders eingebunden sind. Und wenn ich jetzt hier auf Synchronize All klicke, dann versucht er das zu reparieren. Das gelingt ihm auch irgendwie nicht immer. Da muss man dann halt eben entsprechend den Client nochmal aufmachen und nochmal auf All drücken. Vielleicht, was weiß ich, alle halbe Tage mal überprüfen. Und wenn man das dann soweit hat, dann sieht man, dass im Hintergrund jetzt quasi das Durchhalte, läuft und am Ende hier in dem Verzeichnis, sehen wir dann, tauchen immer mehr Ordner auf. Und dann haben wir am Ende, wenn der hier durchgelaufen ist, alles synchronisiert. So, wenn er damit fertig ist, gibt es hier unten noch einen Hinweis und dann sind wir damit durch. Ja, recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, dass ich dem einen oder anderen damit helfen konnte, an seine Schulunterlagen zu kommen.